Ich bin der Karl Schloffer, bewirtschaftet mit meiner Frau Paula und meinem Sohn Lukas einen Bio-Obsbaubetrieb in Oberfeistritz an der Steirischen Apfelstraße und unser älsterster Sohn, der Johannes, der ist gerade beim Fertigstudieren an der Montano Nele oben. Wir liegen am nördlichen Rand der Steirischen Apfelstraße und wir haben da schon den Einfluss vom alpinen Klima, das den Apfel besonders geschmacklich wertvoll macht. Auf der einen Seite haben wir den Santana oder sagen wir so Anti-Allergiker-Äpfel. Es gibt Leute, die auf Äpfel allergisch reagieren und da haben wir mit dem Santana und jetzt auch neu mit der Elise zwei Sorten, die auch Apfel-Allergiker vertragen und das wird immer besser angenommen und wir verschicken diese Äpfel auch österreichweit. Und jetzt fahren wir zu unserem Beregnungsteich. Wir waren extrem vom Frost geschädigt in den Jahren 2016 und 2017 und standen kurz davor, den Betrieb stillzulegen oder etwas zu unternehmen gegen den Frost und haben dann da eine Frostschutzberegnung gebaut. Und wenn dann eben Frost ist zur Blütezeit oder schon knapp vor der Blüte, dann bewässern wir unsere Obstanlagen mit diesem Wasser und das schauen wir uns jetzt einmal an. Der Bauer braucht keine große Statistik, sondern der hat das in den letzten Jahren am eigenen Leib verspürt, den Klimawandel. Eine Sache ist, wir ernten gegenüber den 80er Jahren jetzt die gleiche Sorte um drei Wochen früher und das bedeutet, es ist ganz einfach viel, viel wärmer geworden. Das Zweite ist, die Frostereignisse haben dramatisch zugenommen, weil es auch viel wärmer ist, treiben die Bäume viel früher aus. Früher hatten wir alle 20 Jahre ein kleines bis mittleres Frostereignis. Jetzt haben wir allein in den letzten vier, fünf Jahren drei extreme Frostereignisse gehabt. Liebe Äpfel oder wir, die Familie liebt Äpfel über alles. Also wir essen jeden Tag viele Äpfel und das ist das Schönste für mich. Und irgendwann ist dann der Entschluss gereift, eigentlich muss das ohne chemische Pflanzenschutz und Düngemittel auch gehen und das war dann, so hängt unser Herzblut seit 2007 im Bio-Bereich. Das ist der Hornkiesel, ein biodynamisches Präparat. Das ist feinstformal ein Bergkristall und das spritzen wir mehrmals im Jahr auf unsere Bäume, zur Kräftigung, zur Stärkung, aber auch besonders zur Aromabildung. Das heißt, da werden nur vier Gramm pro Hektar verwendet und das gibt dann den Apfel mit dem besonderen Aroma. Von den Menschen glaube ich, würde ich nicht nur für uns, sondern für alle Bauern den Respekt wünschen, den sie sich für ihre Arbeit verdienen. Und dann würde ich auch Solidarität wünschen, dass sie auch hier nicht nur sprechen von regional einkaufen, sondern dass sie das auch umsetzen. Das ist ganz wichtig. Es ist der schönste Beruf, den du haben kannst und lass dich von den Widrigkeiten der Natur oder der Bürokratie nicht stoppen, sondern geh deinen Weg und geh mit vollem Optimismus. Das ist dein Weg. Das ist dein Weg. Untertitelung des ZDF, 2020